Herr Präsident, meine Damen und Herren! Schilderen ist für mich eine Routine. Das ist mir auch sehr dierbar. Ich will, als es möglich ist, schilderen. Die sind, glaube ich, sehr in ein Ritme, wobei man von morgens früh beginnt und bis nach der Nacht durchwerkt. Das macht, dass du in deinem Kopf, aber auch in deinem Motoriek, in deinem Leben, constant bezig bist mit den Unterwerpen, die ich anpakt. Vor ich begin zu schilderen ist es schon sehr viel passiert. Die vorbereitung findet bereits auf dem Moment, dass ich auf Reis bin und meine Fotos nehme. Wobei ich, auf dem Moment, dass ich getriggered wurde durch eine bestimmte Pläcke oder ein bestimmtes Vorwerp, dass ich in die Fotos kader und damit eine Keuze mache für was, was eventuelles ein Unterteil in ein Schilderij kann. Daher gehe ich mit den Fotos in mein Atelier an den Schlag und selectiere ich verschiedene Fotos oder ein Unterteil aus ein Foto, was ich in ein Schatz zu eine neue Werklichkeit kombineere. und in someen kann ich einen Schatz zu einem Schatz zu einem Schatz zu einer Fotos kulzeilen, in denen ich die glade technologie nicht benutze, aber in dem Schatten zu unterscheiden muss, aber in das Studium geht es schon zu einer Art Schilderij. Als ich ein Schatz habe, wobei ich mir das würde, dass etwas sein kann, dann k期fe ich das ein Bild ist, was auf ein Intiem Format eines oder von einem Monumentales Format gerealisiert sollte. Ich halte die Verhältnisse von Lengte und Breedte in der Schatz an und wähle auf der Basis der Format. Die Verhältnisse von Lengte und Breedte in den Jahren ist mein Werk verändernd. In den Anfang war ich mit Ei-Tempera, viel mit dekkenden Lagen. Daardoor benaderte ich mein Unterwerp auch viel vlakker. Ich mache auch gebruik von abstracte Kleurvelden, wobei ich die Schilderien inleid. Das ist mittlerweile verändert. Die Art von Lengte und Breedtein ist viel transparanter. Die Art von Lengte und Breedtein ist anders geworden. Ich bin nicht echt bezig mit Stof- und Druckung. Eigentlich kijk ich durch die Lagen heen, sodass es droomachtig ist in der Belevinge der Verhältnisse, die man sieht. Die Art von Lengte und Breedtein ist alles oder nicht. Und wenn es nicht alles ist, dann kommt es mein Atelier nicht aus. Die Art von Lengte und Breedtein ist alles. 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 Die Art von Lengte und Breedtein sind alles! Die Art von colonialism, absolut immer gut! Doppelungen nicht nur, Okay, los 7 Christopher Wettkopf, Stell es nach ungefähr 덩uigen. Körbeteil